Halli und Hallöchen, liebe Leute, zu einer neuen Runde. Servus, dies und das. Heute mal wieder. Mit... Planes of Zombies Garden Warfare. Und zwar im ersten Teil. Wir spielen jetzt Garten und Friedhöfe. Ja, dann kann ich euch gleich mal zeigen. Hier kann ich jetzt einen Zombie bespüren. Und zwar hätte ich jetzt gerne die Tourne. Ja, dafür gibt es extra Punkte. Hier, das noch mit reingeschmissen. Den Zombie noch. Und einfach mal... Bam. Okay, jetzt sind wir ja... Okay, das war nicht unsers. Komm schon! Jetzt treffe ich den nicht! Ach komm, ey. Ach komm! So, erstmal alles stimm schalten. Ja? So, wir wollen uns jetzt respawnen. Ja, es ist ein relativ... Wir sind jetzt gerade noch relativ wenige. Aber es ist auch nicht schlimm. Ja. Und jetzt ist es gerade eine Pflanze dort. Okay, kein Problem. No problemo. So, die haben wir schon mal. Sche... Ja! Den hab ich nur mitgenommen. Ja, den Kaktus! Wo sind denn meine Mitspieler hier? Die machen hier gar nichts. Jeder einzige, der stürmt? Nö. Ah, guck mal! Hier so ein Teleporter. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Alles klar. Wir erobern das Ganze jetzt von hinten. Ist hier eine? Kommt das anders aus. Fick dich! Ach, Jungs! Kommt schon! Ihr müsst doch ein bisschen mitmachen hier. Ach, nee. Wirklich nix? Hm. Nee. Da ist auch so ein Teleporter. Ach, die anderen beiden Spackis, oder? Oh, doch. Da ist gerade einer. Da nix hier hin. Ich pummel, my friend! Ich pummel! Attacke! Nice! Alter! Ja! Jawohl! So, wir müssen ins Nächste. Vergiss das! Du es nicht! So, nächster Ort. Wir gehen mal hier lang. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so verkehrt. Geh mal. Ich guck mal ein bisschen was zu entfernen, ne? Hm? Da ist er. Ich guck mal. Wie ist die Horde? Okay. Wir trauen uns mal jetzt nach unten. Granate! Oh leil! Scheiße! Ja, dieser Kaktus-Fuzzi. Warte mal, kann ich noch den Charakter wechseln? Genau, das... Wir haben doch auch noch so ein Tarn... Womit schießt der denn? Ja, dann haben wir den, mit dem haben wir noch gar nicht gespielt. Meiner Meinung nach. Also, ich hab mit dem noch nie gespielt. So, und da vorne war auch schon wieder so ein Teleporter. Okay, die machen das. Alles klar. So, jetzt müssen wir nämlich nachladen. Alles klar. So. Noch eine Granate hinterher. Okay, der ist tot. Er ist nicht wiederbelebt. So. So. Au. Au, 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 au. Ist er immer noch nicht tot, oder was? Doch, jetzt. Ah, da war eine Kartoffelnmin. Oh, ich hab nicht gesehen, oder was? Alter Falter. Okay. Jetzt wiederbeleben. Also, wir machen das jetzt gerade doch relativ gut. Warte mal, da vorne ist doch... Hier ist ein Kackes Ding. Jawohl. So. Da vorne müssen wir... Komm, komm her. Was ist das denn? Fick dich doch! So, hier noch so ein Piratenvieh. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Okay, vielleicht brauchen wir jetzt wieder einen anderen. Und zwar meinen Generous Supremo. Aber ich glaube, jetzt kommt es nicht mehr so ganz auf Entfernung an. Jetzt kommt es einfach nur darauf an, die... ...so schnell wie möglich... ...einzunehmen. ...so, nämlich... ...vorne ist noch einer. Au. Ach, komm! Das ist noch so fiech, Alter. Das sieht man nicht! Obwohl das mit der Sniper vielleicht doch gar nicht so verkehrt ist. Wenn ich dort auf dem Dach bin. So, jetzt lass mich spawnen. Verpiss dich doch jetzt mal. So, lass mich das gut machen. Jawohl. Gibt nämlich nochmal extra Punkte. So, dann schicken wir noch ein paar Freunde hin. Hier, so ein. Und so ein. Und wir teleportieren uns mal. So, dann schicken wir uns mal. Scheiß Kartoffelmine! Du Hurenkopf, ey! Los, weiter hier. Oh, das Ding ist auch kaputt. Scheiße. So ist da immer, ne? Okay, ich komme. Okay, ich komme. Ich bin gerade schwierig, dass ich treffe. Ist ne Widerbegegnung. Stirb doch jetzt mal. Oh, nicht. Okay, so. Wir müssen mal erobern. Was ist das? Oh, das ist ja noch ewig weit weg. Nachladen. Ja, ja. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich drücke nämlich immer 4 und dann macht ihr immer dieses... dieses Nicken. Ist natürlich voll nervig. Ich drücke immer... Ich drücke immer... Warte dran, ne? Vergiss die Sau. Nicht! Aua! Ich drücke! Ah, ja. Ah, ja. Scheiße! Hab ich gedacht, er konnte da hin. Aber nichts, ey. Scheiße, Digga. Ja, sofort geht's weiter. Ja. Wir snipern noch ne Runde. Ah, teleporter. Nice. Oh. Ich muss ja auch hin. Okay. Ach, ich glaube, ich brauche jetzt doch wieder den anderen. Ja, komm. Spielcharakter wechseln. Los geht er. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, Minute 48, alles klar. Ja, noch nicht ein Stück angenommen. Natürlich doppelt geil. Das ist natürlich doppelt geil. Alter, da kommt der auf einmal hier vor. Scheiße, Digga, ey. Aber es ist immer noch die gleiche Spieleanzahl. Okay, einer ist drauf. Was jetzt? Zwei sind drauf. Ich komme, Jungs. Ich bin sofort da. Haltet ihr die Stellung. Ich bin sofort da. Niemals. Ach, komm, ey. Ja, ist klar. Jetzt sind wir wieder keiner, ey. Das ist doch behindert. Oh, oh, noch Siemens. Oh, oh. Jungs. Hat muss. Nicht doch. Ja. 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 Oh. Was ist denn hier? Hm. Schieß mich. Alles klar. Alles klar. Alter. Alter. Nice. Okay. Nice. Ich bin wieder da. So, Jungs. Los geht's. Wo sind die da oben? Da oben. Ah, irgendwie kein Problem. Wo muss man... Ach, Ficken. So, los geht er. Alter, wie man jedes Mal wieder zu diesem... Fick Ball rein muss. Jawohl. Ficken. Geh nochmal drauf. Ich darf drauf gehen, weil... Ficken. So, weiter geht's. Au. Alles klar. Da sind sie. Okay. Alles klar. Da noch einen hin. Ist da noch irgendwo einer oder nicht? Jetzt keiner mehr? Alter, wo kommt das denn hin? Wo ist der denn? Fick dich. Ich seh' den nicht. Nee. Komm her! Okay. Wo ist... Ist der Wagen da? Nice. Wir haben den nächsten Checkpoint erreicht. Alles klar. Weg mit euch! Jawohl. Ist egal. Ich brenne. Aber ist egal. Da rein. Ich bin... Ja! Los, 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 los! Geschafft, Jungs! Nice. 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 Die Pflanzen haben verkackt. Yeah. Bam. 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 Düm, düm. Nice. Das gab richtig Cash. Okay. Das war mal verlassen. Wir wollten jetzt mal gucken, ob wir uns irgendwas an... Na? An Karten kaufen, an Packs kaufen können. Entschuldigung. Und wenn nicht, ja, dann halt nicht. Gucken wir mal. Dann 40.000 Sticker laden. Was kaufen wir denn eigentlich immer? Nehmen wir mal das hier. Ja? Und wir haben... Nice. Wir haben einen neuen Schnapper-Charakter freigeschaltet. Und zwar Schnapper-Ding. Ja? So, liebe Freunde, das war wieder mal eine weite Runde. Selbst dies und das mit Plans vs. Zombies Garden Warfare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder einen Daumen. Und wenn es noch andere Leute sehen sollen, die ihr kennt, dann könnt ihr das gerne auch teilen. Und jetzt sage ich Tschüss. Bis dahin. Bleibt geschmeidig. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.